hallo ihr lieben ich bin es mal wieder eure bianca vom wohlhaus team ich möchte mit euch heute einmal dieses glücksschweinchen häkeln das ganze ist aus der serie mit dem basis body ihr braucht dafür natürlich auch die jamie mit der ich den ganzen die ganze serie schon gehäkelt habe ihr kommt mit einem knäuel hin ihr müsst natürlich einmal füllwatte haben ein paar sicherheits augen ich häkel das ganze mit einer 5,5 nadel ihr müsst noch ein ganz kleines bisschen schwarzen zwirn haben für die nasenlöcher und brauchen wir noch irgendwas natürlich die schere nadel wie immer das müssen wir ja sowieso immer zur hand haben und ganz viel freude und spaß ja wenn euch das video gefällt da freuen wir uns natürlich immer auf das däumchen nach oben das abo und die glocke die dürfte auf keinen fall vergessen dann seid ihr immer einer der ersten der unsere videos bekommt dann würde ich sagen hat viel freude beim mit häkeln so als erstes müsst ihr natürlich einmal den basis body häkeln wieder funktioniert wird euch die sache einmal verlinken ich habe ja hier meinen vor für basis body den schon die ganze zeit immer verwende nur um zu zeigen also ich zeige euch jetzt einmal wie die augen oder wo die augen befestigt werden das heißt ihr hielt jetzt den kopf circa bis hier hin weil die sicherheits augen die müssen wir ja einmal von außen und das gegenstück von innen einmal befestigen und daher ist ja logisch kann was nicht bis unten hin sondern häkelt hier bis erstmal bis hier und ich habe die sicherheits augen zwischen der neunten und der zehnten runde angebracht die runde seht ihr ganz klar hier diese rillen das ist jeweils immer eine runde die zählt ihr runter ich jetzt hier mal einmal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hier ist die neunte und zwischen der neunten und der zehnten da bringt ihr einmal das erste auge an und ihr lasst sieben bis acht maschen frei 1 2 3 4 5 6 7 so circa sieben bis acht maschen und da kommt dann das zweite auge rein so und dann von innen wird dann diese dieses gegenstück einmal befestigt wenn ihr das nicht für ganz kleine kinder machen wollt könnt ihr natürlich auch normale augen nehmen und die einmal mit einer heißklebepistole festkleben und einmal reinstecken so ihr arbeitet jetzt wie gesagt den basis body komplett einmal zu ende mit armen beine könnt ihr alles so übernehmen wie ich es da einmal zeige und wir starten dann jetzt mit den ohren gehäkeln die ohren natürlich zweimal ein habe ich schon fertig gehekelt hier starten wie immer mit einem maschen ring eine luftmasche oben drauf so jetzt arbeiten wir sechs feste maschen hier in den ring rein und wichtig ist die erste reihe runde die erste runde schön locker die maschen anschlagen also sechs feste maschen hier in den kreis rein das wird hier im kurzen ende gezogen und jetzt wollen wir jede zweite masche verdoppeln einmal klein bisschen weiter nach unten man sieht es doch sehr sehr schlecht jetzt mit der kamera ich lege mir als maschen markiere immer das ende hier nach vorne 12456 hier ist meine erste masche und da kommt jetzt nur eine feste masche rein und jetzt fangen wir schon an alles ein bisschen fester zu ziehen und in die nächste masche kommen zwei feste maschen rein eins und zwei in die nächste nur eine und dann wieder zwei und noch einmal in die nächste eine und in die nächste wieder zwei wir haben jetzt drei verdoppelungen hier das haben wir aus sechs maschen neun gemacht die nächste runde sind nur feste maschen also wir häkeln jetzt rutsche wieder aus dem bild entschuldigung also wir häkeln jetzt neun feste maschen hier eine feste maschen masche in jeder masche rein 1 2 3 4 5 7 8 8 9 und nun mal rein ausziehen nach vorne legen und jetzt verdoppeln wir jede dritte masche das heißt in die ersten zwei mehr eine feste masche und in die dritte zwei feste maschen nächsten beiden je eine und in die dritte wieder zwei und ein letztes mal je eine feste masche in die nächsten beiden und hier in die letzte da kommen zwei rein jetzt haben wir aus neun maschen zwölf gemacht und auch hier und wieder nur feste maschen einmal hier reihe rum machen wir auch einmal zusammen entschuldigung und jetzt sind wir schon wieder vorne angekommen so wieder den maschen herausziehen so jetzt verdoppeln wir ein letztes mal und zwar jede vierte masche das heißt in die ersten drei und zwei in die vierte die ersten drei eine und zwei in die vierte und ein letztes mal 1 2 3 und 2 in die letzte jetzt haben wir 15 maschen hier und nochmal eine reihe eine runde schon wieder das wenig schon wieder an 15 maschen hier einmal ringsrum ich habe es aber auch schon wieder und dann kratzen so jetzt noch zwei maschen und dann habe ich das auch geschafft und ihr macht das ganze dann noch einmal hier muss ich mir einmal den faden richtig reinholen so was ist ein sturm heute ich glaube ihr hört das bestimmt im hintergrund jetzt haben wir hier unsere beiden röcheln ich hole jetzt mal den basis body ich zeige euch das hier nochmal anhand von dem schweinchen hier habe ich hier ist unser erster kranz oben also hier da wird das ohr dann so angelegt ich lasse das immer so offen ihr könnt das natürlich aber auch hier einmal unten zunehmen und dann anbringen aber ich nähe das einmal von dieser seite an gehe rüber und nähe das von der anderen seite auch noch mal an so habe ich doppelten halt ich finde für die wie gesagt wenn das für kleinere kinder sind die ziehen ja doch immer ganz gerne ich nähe das zweimal an so hier macht das dann auch einmal hier und einmal hier und jetzt kommen wir zur nase auch hier wieder ein maschenring mit sechs feste maschen wie wir auch haben wir auch jedes teil von den basis body und von jedem tier fangen wir immer so an also mit sechs feste maschen ich ziehe das hier einmal aus stört mich jetzt doch ein bisschen noch zwei und sechs wird hier am kurzen ende gezogen so jetzt arbeiten wir in die allererste masche hier die allererste masche kommen drei feste maschen rein also drei in die erste masche 2 und 3 jetzt zweimal eine masche also in den nächsten beiden nur eine masche in die nächste 3 wieder 3 und in die nächsten beiden nur eine das ist jetzt auch schon unsere erste runde jetzt haben wir zehn maschen hier in der runde klicken jetzt einmal wieder den faden hier nach vorne und jetzt verdoppeln wir jede zweite masche das heißt in die erste masche eine feste masche und in die nächste zwei eine feste masche und in die nächste zwei das einmal reihe rum jede zweite masche verdoppeln eine masche nach nach jetzt habe ich mich hier schon vertüttelt ja zwei eine eine und in die letzte zwei jetzt haben wir 15 maschen in der runde so und jetzt arbeiten wir nochmal eine feste stürmen heute eine feste runde also eine runde in festen maschen aber dabei stechen wir nur in das hintere maschenglied rein also hier oben ist ein v normalerweise stechen wir hier von der seite ein aber wir stechen jetzt hier oben quasi in der mitte von unserem v rein und machen eine runde nur feste maschen aber ins hintere maschenglied drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn elf zwölf dreizehn vierzehn und hier am maschenmarkierer wieder angekommen rundenmarkierer und das sind 15 und jetzt kommt unsere letzte runde auch nur feste maschen aber jetzt stechen wir wieder ganz normal von der seite ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn neun zehn zwölf zwölf dreizehn vierzehn und die letzte 15 und das war es schon mit der nase so jetzt nehmt ihr euch euren schwarzen faden und zieht einfach jeweils hier eine naht links und rechts eine naht rein und dann wird die nase ganz einfach ich fühle das nicht mit watte weil wenn da keine watte drin ist dann kann man das so ein bisschen andrücken weiter raus und dadurch wird die nase dann sehr platt und dann wird die hier auch platt gedrückt und dann hier einmal links um angenäht so jetzt kommen wir zum schwänzchen das ist ganz einfach und zwar machen wir jetzt nur luft maschen und zwar 16 stück 7 8 9 10 10 14 15 16 so in die erste machen wir eine feste masche zurück und jetzt häkeln wir immer zwei zusammen das heißt einstechen faden holen in die nächste masche einstechen faden holen und alle drei zusammen und wieder einstechen faden holen in die nächste masche einstechen faden holen und zusammen immer zwei abketten oder zusammen häkeln so entsteht dann das geringelte und zwei zusammen und zwei zusammen und zwei habe ich noch noch mal so ein bisschen nachhelfen aber eigentlich ringelt er sich schon schön von alleine und er wird dann einfach entweder so wie ich das gemacht habe nach unten oder ihr könnt ihn so hoch nach oben anbringen einfach hinten an so das war schon wieder ging jetzt ratzfatz ich finde es auch wirklich ganz schnell gemacht und so als glücksschweinchen also erstmal kuschelweich so toll finde ich ganz toll dann könnt ihr ja noch das kleeblatt mit in die hand nehmen was ich gehekelt habe schon das ist ja das kleine was ich gemacht habe oder natürlich riesenglück was man gebrauchen kann könnte man auch das war es schon wieder ich würde sagen habt viel viel freude beim nachhäkeln und ich wünsche euch einen guten rutsch ins neue jahr dass das nächste jahr etwas besser wird ja auch also schlimmer kann es glaube ich gar nicht mehr werden dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht es gut eure bernka vom wohlhaustein dann ja dann dann Untertitelung des ZDF, 2020